Oh nein! Alter! Ich einfach an so einem Mini-Teil hängen bleibe, das kann doch nicht wahr sein. Alter... Wisse, das sind so kleine Laster. Wie man sieht, laggen die hier so ein bisschen rum. Das liegt an dem Server. Ja, guck mal wie ich mich erst mal wieder rausdrehe! Ja, hab ich gesehen. Oh, okay.